Hallo Leute, wie vorhin im letzten Video angekündigt, drehe ich jetzt noch ein Let's Play Quiz Duell. Gegen Sogak, Katja Nakiwaki, Herr Rippchen, Goetu und Sternschnuppe. Ich fange an mit Sogak. Wie wird die echte Schlüsselblume ebenfalls oft genannt? Was wächst hier? Welche Giftschlange ist in Deutschland heimisch? Jetzt kommt mal Sternschnuppe. Welcher Cocktail erinnert an einen Bloody Mary, enthält aber zusätzlich Muschelsud? Kleine Samen, die aus Mexiko stammen, zum Andicken genutzt werden können und als Superfood betrittelt werden, wovon ist die Rede? Wie heißt diese elsässische Spezialität? Was ist die Heilige Schrift der Rastafi Religion? Rastafari Religion. Was gilt als die Farbe des Islam, da sie der Prophet Mohammed bevorzugt getragen haben soll? Was bedeutet das Sanskrit-Wort Ahimsa auf Deutsch? Wie heißt der Superheld aus den Marvel Comics, der eine Rüstung macht? mit einer Gold-Titan-Legierung trägt? In welchem Land entstand die Maus-Diedel? Wie heißt Jorix Affe in der Zeichentrickserie Y The Last Man? Essen und Trinken Wie heißt eine Birnensorte, die dem gleichnamigen Obstbrand ihren Namen verleiht? Was kennzeichnet die Qualität der Kaffeesorten Kopi Luwak und Kopi Alamid? Aus welcher Pflanzengattung wird die Spirituose Tequila hergestellt? Jetzt kommt Herr Riebchen dran. In welcher Reihenfolge werden die Schwierigkeitsstufen im Dressurreitsport in Deutschland abgekürzt? Was trifft nicht in Bezug auf die Fußball-EM 1980 zu? Welchen Fußballverein hat Jose Mourinho bis Dezember 2015 trainiert? Nicht mein Glanzmoment So und jetzt kommt noch Katja Nakiwaki Wer oder was ist der Schneekönig in der Redewendung Sie freuen wie ein Schneekönig Macht und Geld Wofür steht das Gio der Marke Giochips? Was ist die allgemeine Ausrichtung der republikanischen Parteien in den USA? In welchem Zeitraum war Willy Brandt Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? So und das war es jetzt auch von diesem Video Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute